Er macht Fotos. Ruhe bitte für eine Stellprobe. Und jetzt kommt die Frage von Herr Wu auf Chinesisch. Wie viel kostet die Burg Hohenzollern? Kann man sie kaufen? Die Burg. Wir reden hier von der Burg. Jetzt sind sie, ja die sprechen und sie machen weiter Fotos. Und wir reden hier. Das ist gut. 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 Schau, schau! Schau, schau! Schau, schau! Schau, schau! Okay, danke schön!